Moin Leute, ab morgen gibt es 14 Tage lang ein Sommer-Event und Epic Games ist ja gerade selbst im Urlaub und deswegen bekommen wir in dieser Urlaubsphase einfach 14 Tage lang neue Challenges. Wir bekommen kostenlose Items und wir bekommen alte Waffen wieder. Jeden Tag wird eine neue Waffe aus dem Vault rausgeholt für 24 Stunden. Und wir gucken uns mal als allererstes hier die ganzen Challenges an, die wir ab morgen spielen können oder Sachen freischalten können. Wir sehen hier zum Beispiel die ganzen Challenges und wir sehen als Belohnung zum Beispiel diesen Bananen-Smoothie, den wir als Backblink tragen können, ein Emote, Ladebildschirme, dieses Spielzeug und zwar die Wasserbombe, also ein Luftballon gefüllt mit Wasser, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Dann haben wir hier weitere Sprays, wir haben Waffentarnung, Ladebildschirme, auch ein Fragezeichen, da weiß ich nicht, was da drin sein soll. Wir haben Spitzhacken, Flugspuren und die Ente ist ebenfalls ein Backbling und wir haben nochmal Musik für den Hintergrund. Das sind die ganzen Belohnungen und Items, die wir kostenlos sozusagen innerhalb dieser 14 Tage Days of Summer freispielen können. Ansonsten wird es jeden Tag, wie ich eben schon gesagt habe, eine alte Waffe wiedergeben für 24 Stunden. Das heißt, im Vault gibt es ja eine Menge Waffen und jeden Tag wird eine neue freigeschaltet, die wir 24 Stunden lang spielen können und das Ganze wird dann über die nächsten 14 Tage rotiert. Bin ich sehr gespannt drauf. Mal gucken, was für Sachen rauskommt. Das Schwert wiederkommt, ich weiß nicht, Bouncer. Mal gucken, also es gibt so viele Sachen, die mittlerweile geboaldet wurden. Wäre auf jeden Fall interessant, die eine oder andere Waffe oder das Item wiederzusehen. Und ansonsten wird es auch jeden einzelnen Tag einen neuen LTM geben, das heißt 14 LTMs insgesamt. Und die sind eigentlich ziemlich interessant, muss ich sagen. Wir gucken uns mal an, wie diese LTMs alle denn sind. So, der erste Modus nennt sich Heavy Metal und da steht, in diesem Modus werdet ihr ausschließlich schwere Waffen in Beutekisten finden. Das bedeutet, dass wir nur Heavy Waffen mitschleppen können. Das heißt, zum Beispiel die Heavy Pump Gun wird wahrscheinlich da wieder drin sein. Heavy Sniper, Heavy Salt Rifle. Also nur solche Waffen sind zu finden, alle anderen Waffen sind deaktiviert. Der nächste Modus heißt Sturmjäger Wellenreiter. Reitet die Wellen, versucht nicht unterzugehen, aber wer von euch ist der Beste? Vielleicht ist es sowas wie der Lava-Modus, nur dass Wasser von unten hochkommt und keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Beschreibung steht, dass jeder mit einem Fahrzeug spawnt. Hier steht aber nicht, welches Fahrzeug. Könnte vielleicht sein, dass wir Surfbretter haben. Wäre eigentlich ganz cool, oder? Wenn alles voller Wasser ist und wir mit Surfbrettern irgendwie durch die Gegend fahren, wäre eigentlich ziemlich geil. Also da bin ich mal sehr gespannt auf diesen Modus. Als nächstes haben wir die Wasserschlacht. Der Text sagt, lockerlässiger Sommerspaß. Versucht eure Gegner mit einem neuen Wasserballon-Gegenstand zu eliminieren. Da werden wir halt Gegner nur mit dem neuen Spielzeug quasi eliminieren können. Das heißt, mit der Wasserbombe. Ansonsten steht hier auch, dass andere Waffen weniger Schaden machen. Und dass wir eigentlich hauptsächlich nur mit einem Wasserballon oder mit einem Wasserbomben Gegner eliminieren können. Kann ich mir eigentlich auch ganz cool vorstellen. Als nächstes Power-Up im Solo. In der Text sagt, werdet zum mächtigsten Spieler des Matches. Nutzt so viele Schildgegenstände, wie ihr könnt. Überlebt in einer Schlacht. Bis auf den letzten Spieler. Das bedeutet, dass wir so viele Gegenstände benutzen können, wenn wir nur finden. Das heißt, es ist kein Limit von 200 Schilds. Sondern wir können auch 5000 Schild haben, wenn wir super viele Schildtränke oder sonst irgendwas finden. Das ist ziemlich geil eigentlich. Das heißt, am Anfang gehst du einfach auf die Suche und findest halt ultra viele Sachen. Und dann bist du halt einfach richtig mächtig. Dann bist du so auf Thanos-Level sowas in die Richtung. Bestimmt ziemlich cool im Solo vor allem. Niemand wird zurückgelassen. Das ist der nächste Modus. Gemeinsam seid ihr stark. Doch alleine werdet ihr scheitern. Lasst niemanden zurück. So wie ich das Ganze verstehe. Oder wie der Modus es beschreibt. Ist es so, dass ihr im Duo spielt und ihr beide permanent den Slurp-Effekt drauf habt. Das heißt, ihr bekommt permanent Leben. Auch wenn ihr Schaden bekommt. Aber sobald einer down geht, verliert der andere Leben. Das heißt, ihr müsst euren Teammate, so schnell es geht, dann in diesem Moment aufheben. Weil ansonsten geht ihr selber drauf. Ist eigentlich ganz cool. Das heißt, beide müssen permanent am Leben sein. Oder ihr verliert Leben. Also das heißt, wenn einer down ist sozusagen. Ist eigentlich ganz cool. Muss man mal gucken, wie sich das spielen lässt. Der nächste Modus, Vorsicht, gebotene Ressourcen sind in diesem Modus rar. Also platziert eure Gebäude mit Bedacht. Bei diesem Modus können wir nichts abbauen. Das heißt, wir bekommen zu Spielbeginn ein paar Materialien. Ich weiß nicht, vielleicht 100, 100, 100. Und wir können nichts mehr abbauen. Das heißt, wir müssen diese Materialien benutzen. Und wenn die weg sind, dann sind die halt weg. Das ist ziemlich interessant eigentlich. Das haben sich ja viele immer gewünscht. So dieses, ja nicht so viel bauen und sonst irgendwas. Diesmal mehr mit Bedacht bauen. Mehr aimen. Ich fände es immer noch cool, wenn es einen Modus geben würde. Wo sie sagen würden, jedes Mal wenn du eine Plattform baust, verlierst du 10 Leben. So was, wäre ich auch interessant. Dann als nächstes, Kopfschüsse. In diesem Modus kann man nur Kopfschüsstreffer landen. Also wenn du auf den Körper schießt, dann bekommt der Gegner keinen Schaden. Und Shotguns sind in diesem Modus deaktiviert. Dann als nächsten Modus, Tankschlacht. Eine schlichte Variation von Battle Royale, in der Spieler zu Beginn über deutlich mehr Konditionen und Schild verfügen. Hierbei ist auch die Beschreibung, dass es keine Heilgegenstände gibt. Das heißt, ihr startet wahrscheinlich einfach nur mit viel mehr Leben. Ich weiß nicht, vielleicht 500, 500 oder irgendwie sowas in die Richtung. Und ihr könnt euch nur durch Lebensraub heilen, also durch Seifen. Das heißt, wenn jemanden killt, dann bekommt ihr Leben. Aber es gibt keine Heilgegenstände. Stell ich mir ziemlich cool vor. Sehr aggressive Matches sicherlich. Also Action geladen. Dann haben wir hier Baumeisterparadies. Ein Paradies für Baumeister, in dem nach Herzenslust gebaut werden kann. Hierbei haben die Gebäude höhere, also mehr Leben. Und ihr könnt viel mehr Ressourcen abbauen. Und neutrale Gebäude könnt ihr bearbeiten. Das hatten wir auch schon mal, glaube ich, diesen Modus, dass wir die Wände von Gegnern mit bearbeiten konnten. Das heißt, alle Wände, die gebaut werden, gehören quasi einem auch selbst so in diese Richtung. Das ist manchmal sehr verwirrend gewesen. Also ich mochte das nicht so sehr. War aber ganz interessant, ganz am Anfang. Also das war ein bisschen verwirrend. Dann haben wir hier Vicks Kopfgeldjagd, kommt wieder im Duo. Kennen wir ja schon im Prinzip. Als nächstes Arsenal. Zeigt eurem Gegner mit einer Reihe verschiedener Waffen, dass ihr es wirklich drauf habt. Möge der Beste mit dem schlechtesten gewinnen. Und eine Beschreibung sagt, beginnt jedes Spiel mit einigen der besten Waffen in Fortnite. Und wenn ihr Spiele eliminiert, werden die Waffen immer schlechter. Das ist im Prinzip ein sehr simples Gun Game. So wie ein Counter-Strike oder wie ein COD. Das heißt, man startet mit guten Waffen. Und jedes Mal, wenn du einen Kill bekommst, wird die Waffe immer schlechter. Also wer als erstes den Kill mit der schlechtesten Waffe dann am Ende macht oder mit der letzten Waffe, hat dann gewonnen. Also normalerweise war es immer ein Messer bei CS oder bei COD. Hier könnte es vielleicht die Spitzhacke sein. Oder eine normale Pistole. Also Spitzhacke ist glaube ich zu schwer. Aber Pistole kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ein ganz normales Gun Game. Dann kleine Keile. Das ist einfach nur eine Gruppenkeile, nur mit weniger Leuten. Ich weiß nicht, bei einer Gruppenkeile, wie viele Leute sind da normalerweise. Das ist nicht als 25 gegen 25 angedacht. Bei mir sind es immer so 15 Leute oder 13 Leute, die bei mir mal drin sind. Vielleicht sind es hier nur 10 oder irgendwie sowas in die Richtung. Dann haben wir Ausrüstungstausch. Der Text sagt, beweist wie schnell ihr euch modernen, sich rapid verändernden Welt anpassen könnt. Zu festgelegten Zeitpunkten erhalten alle Spieler im Match die gleiche zufällige Ausrüstung. Hier ist quasi Gleichberechtigung. Also man kann nicht immer dann sozusagen rumheulen. So, ah, der hat Glück gehabt, der hat direkt eine goldene Pumpgun gefunden. Hier bekommt immer jeder Spieler die gleiche Ausrüstung. Die wechselt auch immer im Spiel durch. Also zu gewissen Punkten wird einfach dann in Metacum mit ausgetauscht. Stell ich mir sehr cool vor und vor allem auch fair. Und als allerletztes den Modus strategische Gebäude. Denkt gut darüber nach, wie und wo ihr Gebäude platziert. Welches Material sich wo am besten eignet. Okay, was ist in die Beschreibung? Metall- und Steingebäude haben erhöhte Konditionen. Metall- und Steinressourcen sind erhöht. Metall- und Steinmaterial-Obergrenzen sind niedriger. Okay, strategische Gebäude in Teams. Hm, also keine Ahnung, verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Also es ist scheinbar einfach nur Metall- und Steingebäude. Ähm, haben mehr Leben. Ressourcen-Baurate ist erhöht. Und die Obergrenzen sind niedriger. Also vielleicht kann man irgendwie nur 100 Material bei sich tragen. Dafür baut man aber sehr viel schneller ab. Also, keine Ahnung. Also es klingt irgendwie sehr komisch, der letzte Modus. Aber das waren jetzt alle 14 Spielmodi, die ich euch gezeigt habe. Die jetzt in den nächsten 14 Tagen spielbar sein werden. Das heißt, 14 Challenges mit kostenlosen Items, Backblings und so weiter. Jeden Tag eine neue Waffe aus dem Vault und jeden Tag einen neuen LTM. Und natürlich die ganzen Skins, die ich euch beim letzten Video mit den ganzen Skin-Leaks und so weiter gezeigt habe. Mit diesen ganzen Sommer-Outfits und so weiter. Mit dem Drift-Summer-Skin. Was übrigens ein Shop-Item wird. Epic Games hat das bestätigt. Es wird keine Variante für den Drift sein, sondern es wird ein ganz normales Shop-Item werden. Epischer Gegenstand. Müssen wir uns dann kaufen, wenn man sich das Ganze nicht gönnen möchte. Damit sind wir durch mit den ganzen LTMs und Challenges. Die ganzen News zu den Summer-Games, die wir jetzt quasi bekommen werden. Und dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen. Im Hintergrund lief altes Gameplay. Ich habe mir gestern alte Aufnahmen von mir angeguckt. Von 2017 noch. Also uralte Aufnahmen. Da kamen richtige Gefühle hoch wegen Greasy. Dass die... Und hast du nicht gesehen, wie ich damals gebaut habe. Wirklich wie der letzte Bekloppte. Einfach auf alle Tasten gedrückt. Also die 90s waren da noch nicht ganz drin. Es waren eher so 30s oder 45s. So in diese Richtung. Keine Ahnung. Ich fand es einfach nur ganz witzig, mal so altes Gameplay einzubauen. Aber wie gesagt, Dankeschön fürs Einschalten. Würde mich natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn die ganzen Summer-Skins in den Shop kommen. Wäre es natürlich eine Ehrensache, wenn ihr mich oder beziehungsweise Oleg im Creator... Den Creator-Code Oleg im Item-Shop eintragen würdet. So. Ich habe es lange nicht mehr gesagt. Aber wäre auf jeden Fall eine richtig coole Aktion, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Und ansonsten wünsche ich euch allen ganz viel Spaß bei den Summer-Games. Und hört auf zu campen. Ne, passt auf euch auf. Hört auf zu campen und passt auf euch auf. Euer Oleg. Haut rein. Ich habe es ewig nicht mehr gesagt. Das muss ich mal wieder machen.